Moin, hallo und willkommen zurück zu Finding America, The Heartland oder das Kernland im Deutschen. Wir sind Kapitel 24, das Lake House. Und gucken mal, wir müssen die Liste finden, okay. Gucken wir mal rein, Paper Bag haben wir hier. Die Axt, die Glocke ist hier, Kompass ist da. Okay, dann machen wir hier noch was. Hier brauchen wir Paperclip, haben wir hier. Okay, und Ladybug. Okay, was haben wir noch? Das kommt da rein. Disposed of Crumpled Paper, kommt hier wieder rein, okay. Hang Rope und Hook. Machen wir da. Boxing Gloves sind hier. License Plate ist hier. Da muss noch einer sein, wo ist denn die andere? Da oben. Basketball. Owl. Wo ist die denn, die Eule? Train. Hier. Mushroom. Hier? Nein. Bricks sind hier. Wo sind die? Mushroom. Sehe ich gerade nicht. Und die Eule. Die Eule. Wo ist denn die Eule? Waschum ist hier? Eule ist das hier nicht? Nein. Wo ist denn die Eule? Ach, der ist da vorne. Dings. Ganz auf der anderen Seite. Okay. Befunden. Ich habe wieder nicht auf den Schlüssel geguckt. Einen Stern habe ich auch nicht mitgenommen. Na toll. Egal. Cuyahoga Valley. Nationalpark. Okay. Find a fresh space on these items. Okay. Wir suchen mal wieder ein paar Sachen. Spezielle. Ich mache den Schlüssel gleich mit. In 1967 Karl Stokes became the mayor of Cleveland, making him the first black mayor of a major American city. 1967 wurde der Bürgermeister von Cleveland, Karl Stokes. Er war der erste schwarze Bürgermeister der amerikanischen, was? Einer amerikanischen Hauptstadt. Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Hoffe ich mal. Wenn nicht, tut mir das leid. Es ist schon zu spät. Ich bin echt schon zu Banane. Hier muss ich zugehen wieder. Aber ich bin hier noch in der Aufnahme und würde das gerne noch beenden. Und noch ein wenig abschalten, bevor ich dann Feierabend mache für heute. Da ist sich schon jetzt geändert. Was war das? Das, was ich gerne hatte. Okay. Das L ist hier. Der Adler. Sichert deine Zukunft. Wo ist denn der Adler? Flasche. Reichhörnchen. Raupe. Sack mit irgendwas drin. Die Axt. Dann haben wir hier noch den Krug. Adler. Was haben wir noch? Den Sack brauchen wir noch? Ne, den Sack brauchen wir nicht. Wo sind denn die... Den Fuchs brauche ich noch? Den habe ich gesehen. Hier. Kranz. Schnecke. Acht. Acht ist hier. Schnecke. Wo ist denn die Schnecke jetzt? Schöne Frosch. Habe ich gesehen. Hier. Ähm. Kranz. Schnecke und drei Eicheln. Eicheln? Ne, Eicheln sind das nicht. Zapfen. Tannenzapfen. Wo sind die denn? Ich sehe nämlich gerade nicht. Da sind die. Okay. Wo ist die Schnecke? Schnecke müsste eigentlich auch auffallen. Hoffe ich mal. Schnecke, Schnecke, Schnecke. Hm, wieso sehe ich die Schnecke nicht? Die ist aber gut getarnt gerade, die Schnecke. Wo ist die Schnecke? Hier nicht. Nichts zu sehen. Da ist die Schnecke. Okay. Weiter geht's. Okay, die Sunflower Farben. Silhouettenmodus. Okay. Gucken wir mal. Silhouettenmodus. Das hier. Seil. Stock. Wo ist denn der Stock? Sehe ich gar nicht. Äh. Das hat sich geändert, okay. Da ist der Stock, okay. Äh. Was haben wir denn noch? Feuerwehrauto. Hier. Ist das? Das weiß ich nicht genau. Football. B. Rakete. Schmetterling, glaube ich. Kleeblatt. Was ist Kleeblatt? Der Stern. Für eine Sunflower Farbenfolge. Und eine Mitte Mode, okay. Der Bierkrug. Wo sind die Sachen jetzt hier? Bierkrug ist hier. Schnecke. Kleeblatt. Hm. Da ist Kleeblatt. Da ist die Mühle. Da ist das hier. Pinsel. Pinsel ist hier. Schaufel ist da. Drache. Kleeblatt. Okay. Okay, wir haben jetzt noch zwei Sachen hier. Das sieht aus wie eine Rakete, aber also eckig, komischerweise. Okay. Hm. Wo könnte das sein? Und eine Schnecke brauchen wir auch noch. Schnecke ist hier. Wo ist dieser Kasten hier mit diesen... Ja, weiß ich nicht. Komische Flügel, oder was das sein soll. Kasten mit Flügeln. Tja, weiß ich gerade nicht. Wo ist der Kasten? Ich finde den Kasten gerade nicht. Was soll denn das für ein Kasten sein? Das hier. Okay, das war ein bisschen gehörnisbedürftig. Weiter geht's. Haben wir ihn gekriegt. Minigame. Detail. Smaller pictures in der Collage. Okay. Oh, jetzt krieg ich Hunger. Das ist aber nicht gut. Jetzt hier. Tomate. Salatblatt. Ne, warte mal. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist ein Messer, glaube ich, hier. Mit ein Stück Wurst oder so. Ich hab keine Ahnung. Ne. Gabel mit ein Stück Wurst. Das mit ein Stück Fleisch. Das hier. Das mit einem Ei aus. Das ist das. Hm. Weiß ich jetzt gerade nicht. Da mal gucken. Senf. Nicht. Das sieht für mich aus. So was hier. Hm. Okay, da muss ich nochmal gucken. Das zählt gerade nicht hier. Außer noch Limette. Hier. Stück Fleisch mit Gurke. Ähm. Da haben wir noch Käse dran. Das ist noch ein Stück Wurst. Okay, das zählt nicht. Stück Wurst mit schwarzer Kante. Hier. Weiß ich jetzt nicht. Tomate mit Brötchen. Hier. Das ist ein Wurst mit einem Schnitt drauf. Stück Wurst drauf. Okay. Dann noch was mit Käsegurke. Das ist da. Das ist da. Ne, warte mal. Dann haben wir das. Okay. Das hier. Äh. Brötchen mit ein bisschen Grün dran. Auf der linken Seite. Das ist da. Okay. Tomaten. Stiegel dran. Was ist das? Das weiß ich nicht genau. Da haben wir noch ein Stück von der Wurst. Äh. Ja, noch ein helles Stück Brötchen. Hier mit so einem Stück Dingens. Da. Dann haben wir die Wurst noch mit Dingens. Das könnte hier das Hotdog-Dingen sein. Hier oben. Okay. Gaben-Spitze. Limetten-Ende. Okay. Das macht so einen Knick. Das ist hier. Okay. Aufgeschnitte Tomate. Hier. Dann haben wir hier noch. Was haben wir hier noch? Ähm. Was haben wir denn da links noch? Das weiß ich nicht genau, was das sein soll. Ketchup vielleicht? Hier? Jo, Ketchup mit Zwiebeln oder so. Das ist... Sieht doch Bacon aus. Also ich bin mir nicht sicher. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Hm. Was ist denn das? Ein Stück für ein Brötchen sehen. Ach, hier ein Stück für Fleisch. Okay. Das hier ist... hier. Das ist da. Und das sind zwei Blätter aneinandergereiht. Oder was? Holz, schwarze Kante hier. Nee. Das müsste hier irgendwas sein. Ach, das ist da. Okay, haben wir gefunden. Outdoor-Picknick. Leckeres Outdoor-Picknick, muss ich zugeben. Krass. Okay. Windmill Island. Da geht es weiter. Scramble-Mode. Oh nein, das geht jetzt wieder los. Dafür ist es echt zu spät eigentlich schon. Einmal gucken. Vielleicht machen wir nicht ganz so lange Aufnahmen-Session. Beetle, das ist der hier. Ladybug ist tatsächlich dann der Marienkäfer. Okay. Da ist schon irgendwas, aber wird nicht ja gezeigt. Ein Arrow. Hier. Der Stern nehmen wir mit. Ich zeige das mal wieder an. Butterfly. Okay. P. Wo ist ein P? Das P-Zeichen. Nicht das P-Zeichen. Das hier haben wir auch noch. Sollen wir hier Notenständer? Music Stand. Okay. Recycle Bin haben wir hier. Ähm. Mushroom haben wir noch. Hier haben wir noch irgendwas. Driller. Okay. Was sollen wir hier? Night. Ein Ritter ist da. Bishop. Der Bauer. Ne. Der Läufer. Nicht der Bauer. Ich komme mal durcheinander. Da. Äh. Ein Hut. Ein Hut. Ein Hut. Da. Ein Hut. Das weiß ich jetzt nicht. Pi. Müsste hier auch irgendwo sein. Als Zeichen. Da ist Pi als Zeichen. Mushrooms. Da ist ein Mushroom. Estimare. Hm. Was könnte das sein? SLS. Snooper. Portney. Weiß ich jetzt nicht genau. Was könnte das sein? Ballon. Okay. Was haben wir noch? Portney. Was könnte das sein? Ich weiß nicht genau. Und das andere ist SLS. Mare. Hm. Ich weiß nicht damit anzufangen gerade hier. Da ist nichts besonderes. Ne. Doch das hier. Pawprint. Okay. So. Dollars sein. Das. Das alles nicht. Ein Hamster. Okay. Da wäre ich jetzt auch nicht mehr drauf gekommen. Dafür ist es zu spät. Dafür wäre es echt zu spät jetzt. Okay. Holiday Park. Geh mal dahin. Find all the set objects. Das sollten wir mal nicht hinkriegen. Eine Bottle ist hier. Book ist hier. Und Champagne. Kork. Da. Paper Plane. Memory Card. Okay. Das sind wir hier. Fleur de Lis. Frog. Frog ist hier. Fleur de Lis. Die ist hier. Kitty ist da. Clover. Hier. Die Notes. Ne. Doch Notes ist da. Banana. Feed film in. In. Kamera. Oh. Schlüssel. Okay. Also. America's first pro baseball team came from Cincinnati. America's first pro baseball game was held miles away from the city specifically in Fort Wayne. Indiana. Okay. Obwohl. America's first pro baseball team von Cincinnati kommt. ist wurde das erste amerikanische, äh, erste professionelle amerikanische Spiel, meilenweit davon entfernt, äh, abgehalten. Speziell in Fort Wayne, Indiana, okay. Äh, okay, wir brauchen wieder, das Gutschreiber, wo weiß ich denn, ne, das Ding ist, wo haben wir denn die Farbpalette, da. Das ist nicht, wo war denn das? String Intimate, Bow. Da ist noch ne Banane. Da ist noch ne Note. Film feed to the instant camera. Hier ist ein Film. Instant camera. Birdhouse. Ist da. Da ist noch ne Note. Ein Stern. Ob ich denn hier die Dingens... Da ist grad nichts zu sehen. Du hast da hin. Haben wir was gefunden. Okay. Little complete. Na gut. Malteser Cross Cabin. Riddle Mode. Find an object being described. Okay, gucken wir mal. Perfect trophy. Keeping your feet dry. Schuhe. A Minus Tool. Pickaxe. Irrational number. P. AM and FM. Radio. During the 19th, äh, 1900s, Teddy Roosevelt, spareheaded effort to save North Dakotas dwindling Bison population. Today North Dakota is home to around 90.000 Bison. Äh, während, äh, der 1900er, äh, hat, äh, Teddy Roosevelt, äh, ist vorgeprescht. Und, äh, äh, die, äh, die, äh, ist es... Der Außenport chịben, äh, die schwindende, ich weiß gar nicht was... stierpopulation in north dakota zu sichern dazu zu erst sichern heute ist north dakota heim von von rund 90.000 stieren oder so wenn ich sich beißen das stier wenn ich sie ja was weeping dass debbie's bushy tail rodent bushy tail rodent hier eichhörnchen slow land reptile with a shell wo steckt die schnecke tja das weiß ich jetzt gerade nicht wo ist die schnecke schickröde wird aufgehen okay reptile macht sinn used to make bread man's best friend man's best friend chips nein football auch nicht katze nein der hund der weapon for slashing and stabbing messer das jacks zählt nicht muss man hier noch sie auch nicht okay finde ich jetzt gar nicht hier ich bin das schwert da äh legendary dwarfish creature dwarfish ein zwergfisch was haben wir denn hier okay leger reading zeitung was haben wir denn einfach zu lesen buchstaben und sowas nicht ne zahl leger reading einfaches lesen ich habe es beinahe gesagt oder faules lesen weiß nicht genau was könnte damit gemeint sein tablet throw sharp missiles added scharfe miss als was ach so hier dart dart scheibe just a magnetized needle just a magnetized needle was braucht ihr in den magnet äh magnetized also die der kompass ist jetzt schon schwieriger ja das weckt man richtig wenn es spät wird und man schon ein bisschen banan ist dann gehen die denkprozesse doch ziemlich lang da voran guck mal minigame click to cycle click to cycle the correct piece is ok das passt das passt 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 ok das geht noch weg das geht auch noch weg irgendwas übersehen das hier ok continue ihr veranlagt basilica of the sacred heart for footstrande ok na gut ich würde sagen die drei machen wir glaube ich noch und dann ist die episode auch schon rum reskar find objects based on this image ok ventilator hier antel lappen ähm ähm färste ätketter mal da drill ist hier außer wenn man noch schlüssel ist hier noch und das stern Wenn es um Comicbücher geht, kann Indiana die ganze Welt schlagen. Der Housius State ist Heim von der Halle der Helden- bzw. Superhelden-Museum, der Welts einziger Superhelden- und Comicbook-Hauptmuseum oder so, kann man das so sagen. Central-Cosim, weiß ich nicht genau. Irgendwie so. Hier haben wir noch einen Elefant, Kirschen, Lenormaus, Stoppschild, wo ist das? Da oben. Leiter, ähm, Elefant noch, wo haben wir denn die anderen Sachen? Feuerlöscher, Karotte, da ist der Pin, okay, dann brauchen wir noch, wo haben die anderen Sachen denn? Das ist der Besen. Das ist noch keine Ahnung, was das ist hier. Arbeitsschuh ist da und dann brauchen wir noch den Turm. Okay, dann haben wir alles. Okay, sehr gut. Nicht schlecht. Kapitel 26, Montana Range. Gucken wir da mal rein. Alle Objekte finden, okay. Drei Karotten brauchen wir wieder. Da ist eine, noch eine. Dritte. Fernglas. Der Lederjot. Da haben wir noch Dinge ins hier. Schlüssel. Montana's rich mining history and abundant mineral resources are reflected in its nickname, the treasure state, in its state-motto Oreoplata, which is Spanish for gold, silver. Montana's, äh, reichste Minengeschichte und, äh, im Überfluss, äh, vorhandene mineralische Ressourcen, werden wieder gespiegelt durch seinen, äh, Spitznamen, the treasure state, also der Schatzstaat. Äh, und, äh, das bedeutet, Oreplata, was in Spanisch, äh, für gold und silber bedeutet, okay. Pumpkin, knife, waterman, knife, pumpkin, waterman. Wo man denn, den, den Buchstaben Jot. Ich seh den Buchstaben Jot gar nicht. Ich seh hier Herzen. Drei. Und da ne Gitarre. Da ist der beim Pferd. Alles klar, hier. Put shovel in pale. Die Schaufel in den Eimer packen, hier. Wo ist denn die Schaufel? Da. Okay, bring wrench to nuts and bolts. Die, den Maulschlüssel. Wo ist der Maulschlüssel denn? Da sind Schrauben und Muttern. Ich brauch nur noch den Maulschlüssel. Was muss ich hier aufmachen eigentlich? Aber ich find den gar nicht. Maulschlüssel. Da. Oder Engländer in dem Fall. Weil der vorstellbar ist, der Maulschlüssel. Okay. In meiner Conony. Okay, gucken wir da mal rein. Objekt Paare. Gucken wir mal, wie die zusammenkriegen. Find Objekt Paare. Und das wird ja spaßig jetzt hier. Okay, was haben wir denn hier alles? Erstens, die haben wir ein bisschen auf uns wirken lassen. Und dann gucken wir mal. Da haben wir ein Kleeblatt. Kleeblatt. Ist das Kleeblatt? Kochlöffel. Die Affen. Teddybär. Schlüssel. Der Name Aiwa means one who puts to sleep. The state of Aiwa got this name from the Aiwa River, which in turn got the name from the Aiwa tribe. Der Name Aiwa bedeutet einer, äh, einer der schläft, oder was? Der Staat von Aiwa hat diesen Namen von dem Aiwa, äh, Fluss bekommen. Äh. Der wiederum, äh, der wiederum den Namen von dem Aiwa-Stamm bekommen hat. Okay. Das war ja Gießkanne, Gießkanne. Nein, Gießkanne ist Sonderes. Was ist denn das? Vase? Ja, Vase. Sonne? Nein. Die Hand auch nicht. Regenschirm. Regenschirm. Okay. Stern. Schleife. Und? Wo ist die andere Schleife? Schleife. Ich finde die andere Schleife nicht. Das, die zählt nicht, ne? Ne. Jetzt kann man hier noch anklicken. Das auch nicht. Recycling. Schild. Einen Anker können wir anklicken. Okay. Hier ist ein Anker. Hubschrauber. Was ist denn der andere Hubschrauber? Jetzt ist es aber interessant. Hier muss es noch ein Hubschrauber sein. Ich kann den Hubschrauber anklicken. Aber ich sehe keinen Hubschrauber. Das ist jetzt aber ein bisschen doof. Da. Okay. Schaufel. Nein. Kamera auch nicht. Die Schleife. Aber mit was für einer Schleife? Die Schleife. Okay. Das war schon ein bisschen anstrengender. Wow. Na gut. Dann, äh. Soll es das mit dir gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.